Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Und zwar ist das der in real life Illigata-Kamp-Vlog. Ich habe jetzt Tape geholt. Hier drin ist Tape, Gasofix und eine Taperolle, Leuko-Tape. So ein Tape hier, damit ich beim Illigata-Kamp nicht umklicken werde, weil ihr wisst selber, mein Sprunggelenk ist aus Gummi. Ich wollte eigentlich heute eigentlich gar nichts filmen, aber ich dachte mal, das mache ich mit rein. Heute ist der Plan, heute ist jetzt 20.30 Uhr, ich komme jetzt nach Hause, dann gucke ich nach Bayern. Dann gehe ich live, mal gucken wie lange, weil ich um 8 Uhr aufstehen muss. Ich glaube, ich team dann so bis 3 Uhr oder so, dann habe ich nur 5 Stunden schlafen, mein Schlafpunkt ist halt so. Ich denke mal, ich werde bis 4 Uhr streamen, dann kann ich nicht schlafen, dann gucke ich mir irgendwas noch auf YouTube an oder so und ja. Der Zug um 9.30 Uhr am Hauptbahnhof und ich bin ein schlauer Mann, deswegen 9.43 Uhr in Spandau. Das erspart mir nochmal eine Stunde mehr Schlaf. Es ist jetzt 3 Uhr oder so, ich werde jetzt offline gegangen. 9.43 Uhr morgen Spandau, heißt ich muss um 9 Uhr aufstehen. Und ich muss noch meinen Koffer packen, ich brauche mindestens 3, 4 Outfits Hilfe. Ich muss jetzt die ganzen Sachen irgendwie da unten kommen, aber das ist jetzt schon voll. Ich habe es geschafft. Ich nehme noch einen Rucksack mit für mein iPad und mein ganzen Ladekabel und so, dass ich da auch trinken und sowas mit in den Kampf für die Fahrt und Essen. Ja, ich gehe jetzt schlafen, es ist 4 Uhr, perfekt, in 4 Stunden muss ich aufstehen. Guter Zwischenstand, es ist 4 Uhr 30. Nein, ich gucke Trio Cash Cup von Letzsche Wiederholung. Joho. 9.06 Uhr. Ich war jetzt schon duschen und so. Jetzt sehen Sie sich nicht so schlimm aus. Kampfer auf mein Leben. Hartstück Brot, 9.22 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ich muss 9.40 Uhr oder so, kommt mein Zug, keine Ahnung. Eli nervt mich die ganze Zeit, ob ich wach bin. Ich antworte ihm extra nicht. Ich habe mich schon dreimal angerufen oder so. Erfensäge. Romant hat mich jetzt auch angerufen und erfensäge, packen mich alle ab und sagten, Bon, ich habe es geschafft, wo ist die Idee? Der hat alter einen Kopfhörer drin und hatte den Zug, also Deutsche Bahn hat 2 Sekunden bevor der Zug eingefahren ist, haben die gesagt, dass das Gleiswechsel ist. Das war auch beim letzten Mal. Der Zug ist direkt neben dem Gleis gefahren und hat sich irgendwie vercheckt oder so. Er hat den Zug verpasst. Ja, er hat den Zug verpasst. Ich habe immer so viel trinken dabei. Jetzt haben wir meinen Lieblings-Eistee, 2 Liter Wasser. Auf Jenny! Das sind meine Stripper hier. Das ist alles klar, ne? Eine Box im Zug. Schön gekriegt an Assi. Ich habe verhindert, am Jungen-Gesehen-Abstieg, Leute. Komm, Major. Ich habe hier einen Zipper. Du bist ein 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 Zipper. So, wir sind jetzt endlich fertig. Wir sind in Köln angekommen. Ähm, haben noch Sitz-Nachbarn gehabt. Die waren mit Jungen seinen Abschied. Die Mädchen ist das Zipper von denen. Ja, haben wir noch ein bisschen Spaß mit denen. Was, richtig falsch, aber. Eine angenehme Fahrt, unterhaltsame Fahrt. Die Mädels waren gut drauf. Die Mädels. Wir sind in Köln, Leute. Köln, all love, all love. Was ist los? Easy würden wir gewinnen. Er sagt, wenn er bei mir wäre, würden wir gewinnen. Easy. Das ist gut, Mädchen. Rating, ich würde ehrlich, überhaupt ein 83. Ormet hat eine 80. Wenn Leute mich ziehen würden, das wäre einfach der Geburt. Ormet hat eine 80, Mädchen hat eine 78. Du würdest sagen, er ist besser als ich? Ja. Nach, egal, ich bin ein richtiger Fan von dir auch nicht. Vielleicht überlegen wir jetzt ein Hotel. Und zwar erst, das war ein Hotel, überhaupt nicht, falls ich vorbeikommen würde. Hier sind einfach, ich glaube, 40 von den Teilnehmern sind alle hier. Hallo, ist jemand? Ist jemand schon hier? Ich bin da. Sidney ist hier. Hallo. Hä, ich dachte so, der ganze Gang gehört jetzt uns und alle schreien jetzt, hey, Sidney, wie geht's, man? Feedback war jetzt nicht so cool. So, ich war jetzt schon ein bisschen in Dusche. Bin wieder frisch. Ich habe jetzt meine Sachen auch eingeräumt. Das ist das Zimmer, by the way. Mein Kleiderschrank für zwei Tage, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Oberteile, zwei Pullis, fünf Hosen oder so. Wenn ich jetzt esse, ich habe mich vollkommen überschätzt. Eins, zwei, fünf Hosen sind es. Sieben Unterhosen, ja, Leute. War gut, mit Koffer zu kommen. Hier ist ein Süßigkeitenautomaten. Und ohne irgendwas, weil ich fast verhunger. Ich muss hier was zu futtern. Chips. Nüsse. Cool, Nüsse. Ich esse Nüsse. Ich hatte einfach 10 Euro gekostet oder so, ohne Sinn. Leute. Ahmet. Kamera bei mir rein. Die Medi ist hier irgendwo. Sipi. 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 Alle Essen wo mein Bruder. Sipi. 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 Ich bin komisch. Davon kann man 3 essen, danach nicht mehr. Ich hab mich so erschrocken. Ein Dijeridoo. Das ist ein Aborigine. Was sind das? Wo sind das Ureinwohner? So Leute, wir fahren jetzt zur Halle. Wir sehen uns gleich. Das ist die Halle von Lukas Podolski. Das ist nie los. Es wird dramatisch. Zeig mir den Platz. Zeig mir den Platz. Na, da geht die Musik auch gleich aus. Ja, das ist nur mehr, die macht. Das ist ein Basketballplatz. Cool. Wir checken jetzt alles hier ab. Alles von der Technik und so stimmt. Chora und Kalle sind auch hier. Hier ist Interviewstelle. Hi. Gleich. Ich komm gleich. von seiner Marke. Kicker. Junge, was gibt es hier alles? Hihi. Schmotz und am Ackern. Leute, schreibt Kalle, wenn ich euch folgen soll auf Instagram. Der Boss, den ist elf. Koray zwei. Koray zwei. Arbeite mal jetzt. Ist das Koray? Ei, küsst euch mal. Küsst euch mal. Er hat. Stein. Schau was. Eli, cool, dass du den Zug bekommen hast. Nice, auf jeden Fall von der Deutschen Bahn. Du wirst ihn nie wieder sehen. Ich nehm extra 4 auf. Koray, du musst dich einfach selber schneiden. Kalle! 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 Kannst du kurz die Bank von da hinten holen, bitte? Von dort und... 6 Sekunden Wegdau. Time out. Time out oder ihm mal. Nicht bei, ich bin im Gang. Hallo, nicht bei, ich bin im Gang. Kannst du offen zu finden? Wieso findest du alles, oder? Nein. Geht schon eine Minute. Geh ich dich. Das ist ein bisschen gut. Kalle! Gib mir die Schulter, ja. Ja, 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 doch. Oh! 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 Ich mach's mal jetzt hier, weil's jetzt nen Knecht ist und die ganze Zeit rumknödelt. Das Briefing auf dem Tabak, wir führen jetzt hier durch die Halle. Hier kann man rumknödeln, aber nur so aus Witz, sag ich mal. Da verteid ich ein paar Pannas noch. Das ist hier alles auch verkabelt und hast du nicht gesehen. So, dann ist hier oben der Technikraum. Von hier muss dann sehr viel gemanagt werden. Hier hat man die Plätze im Überblick. Das ist Platz 1, das ist Platz 2. Hier ist die ganze Technik, Freunde. Das ist ein ganz haariger Raum. Hier sind dann die Plätze. Hier werden grad die ganzen Kameraperspektiven gezeigt. Kannst du die mal schwenken? Ja. Hier, der Mann schwenkt die dann da mit so nem... Wie macht man das? Achso, wie so nem Videospiel? Vielleicht auch. Das ist ja der Reise. Hier ist dann auch immer mit dem Ton und so, glaub ich, alles. Frag mich nicht. Hier sitzen dann die Kommentatoren übrigens. Ähm... Ich weiß nicht, ob hinten dann ein Green... Ich glaube, hinten wird noch ein Greenscreen gemacht. Die Männer haben dann ja alles... Hier sieht man dann halt Spiele. Der Mann sitzt dann hier und sagt dann... Oh, nice. Auf jeden Fall. Knechte. Alles Gute. Ja. Da sitzt man hier und dann können die halt... Ich weiß nicht genau. Ich glaube, einer hat den Platz und der andere hat den Platz. Und dann gibt's hier irgendwie so ein Ding. Und dann, ja. Nice dann. Junge, wie seh ich aus? Ja. Ich bin da ein bisschen WM. Auf Chilisch. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Was machst du? Guck mal, von wo er auch wirft. Hier ist Captain Tsubasa mein Mod. Da ist Anders mein Mod. Da ist Koray mein Mod. Da ist Mehdi mein Mod. Leute, seid neuesten Mod. Wie viele Time-Mods hast du so in einer Stunde? Durchschnittlich? Ein paar Clips und so. Er ist der schnellste Clipsmacher, Leute. Wenn ihr einen Clip seht von mir, war der von ihm geschnitten. Und hier ist Kalle. Cutter. Mod. Alles. Der Mann ist nur für dumme Sprüche im Chat da. Wenn du den Gag machst, dann für den Link ist mein Insta. Wird gleich schnell. Dann machen wir immer. Mach korrekt. Bitte nur schreiben mit gemachten Brüsten und gemachten Wippen. Natürliches wollen wir hier nicht. Sowas guckt mein Video nicht. Bitte ohne selber. Ich bin selbst. 2,8,0. 4,9,0. 3,8,0. 5,0. Meille Nahrung. Hans von seinen Stadt. Ich bin nicht schwarz. Mano, in 6,8,1. 3,6,8,1,2,1. Meinst du, Homo Dami ist da? Homo Dami. Meinst du, Homo Dami? Homo Dami. Homo Dami. Homo Dami. Homo Dami. Nass den, Abel. Nimmst du ein Nasson? Ey, Bruder, du B****. Nein! Junge, du hast dich gebraucht. Ist doch eine Bier. Ist das Bier? Ey, wie eklig das Bier ist. Wir haben gerade mehr bekommen, Leute. Ich komm zum Wiedermann in meinem Udebiet. Ey, ich bin groß. Ich bin groß. Uba, Quakes, Nani, Hustu, Tabak, Hommel-Fansgate, äh, äh, Lastu, äh, Hasso. Hey, mein Freund. Hast du einmal den Knie? Oh mein Gott. Knie dead. So ein Frosch. What? Hey, warum war ich echt das? Mädchen und Medi haben dich gerade geküsst. Warum hat er sich dann nicht mehr runtergeholt? Junge. Ja, ich hab's nicht drauf. Du gehst nicht so. Medi. Du gehst nicht so. Gib mir kurz deine Stats durch. Tempo, dribbling, schießen. Äh, Tempo 64. 71 schießen. 89 Pass. Hä, warum macht ihr? 89 Pass. 87 dribbling, 71 defense, 60 Füßes, Sterne skills, 4, weak for 3. Was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein, nein. Du bist ja kurz. Marilon. Micha auch da. Hier, Travis Scott und sein kleiner Bruder. Wir sind auch seine Brüder, Alter. Ich bin da spiel in der Puzzleteil. Guck mal, wer da die Treppe runterkommt. Seit anderthalb Stunden sind wir hier. Jetzt reicht das aber auch. Jetzt fahren wir. Wir sind in der Top 100 von Hektlichkeit gerade. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir wollen zu den Ringen. Da sind irgendwie alle. Aber ich weiß nicht, wo die Ringe sind. Wir wollen irgendwo essen. Alles ist so krank voll. Hier kommt ein Vlog. Guck mal, Ehre, Mann. Hier ist die Mutter von Niki Laula. Ja, Mann, oder? Spielvorbereitung. Joho. Ich habe gerade gepisst. Jetzt sind meine Schienbeine nass. Ey, jetzt dann? Also Köln, ich muss sagen. Tagsüber hat es mich nicht überzeugt. Nachts super. Ist jetzt 1 Uhr oder so? Morgen 8 Uhr ausstehen. In die Göller-Kapp, was ist hier? Was denn? Rater noch, wird mein Spreng. Hast du Kamerok oder M****? Wir sind M****? Wir sind M****. Wir sind M****. So. Wir haben jetzt noch Niboy getrunken. Hier im Man. 2 Uhr gleich. Wir gehen jetzt langsam ein bisschen nach Hause. Und in Köln ist immer noch Rappel voll, muss man sagen. Alter, so Druck. Was hast du? Druck. Du hast Druck. Druck. Recht mir zu. Es ist besser, wenn sie einen Freund hat. Weil dann habt ihr nur einen Gegner. Okay? Wenn sie keinen Freund hat, habt ihr 30 oder 1.800 Instagram-Gegner. Verstanden? Also. Ciao, Liroy. Mach's gut. Jungs, viel Pech zu Köln? Geil. Heftig. Ganz gut. 10 von 10? Ja, ja. Ja, ja. Hallo, du Gangsy. Hallo, du Gangsy. Das ist mein Mate. Mein Kamerok. Ich werde ehrlich weg. Jetzt habe er schläft. Isa ist gerade angekommen. Isa ist da. Isa. Isa. Mein Torwart. Was soll ich machen, Mann? Ich mache jetzt Schlafi. Ich muss in 6 Stunden aufstehen. War auf jeden Fall lustig in der Stadt. Viele Leute von euch wieder getroffen. Schön auf jeden Fall die ganzen Jungs mal in echt zu sehen. Wir sehen uns morgen. Abfahrt zum Eligalacap. Oh, Hamid. Hamid aloum. Und Anton ist auch da. Wir sind der zweite Schattel oder so. Ich habe Hunger. Dann ist er aus wie eine . Ja, ich nicht. So, wir haben jetzt einen Corona-Test. Da ist Elias. Jetzt. Guck mal, ich mache jetzt den super Kameramann. Ich mache jetzt den super Kameramann. Was eine schöne Begrüßung. Was eine schöne Begrüßung. Hier, Sidneys Vlog. Wird was sagen? 8 Uhr morgens. Was guckst du so dumm, Junge? Boah. Direkt Stress hier. Nico. Wart ihr noch lange mit? Du hast große Töne gespürt. Du hast große, große Töne gespürt. Halt die Kamera nicht mehr. Du hast große Töne gespürt. Stollen haben wir nicht. Alle haben so richtig krasse Plätze. Die Jungs werden nichts machen. Ne, könnt ihr nicht von zu Hause machen. Ne. Einen heißt, dass ihr gekommen seid, Jungs. Was? Hör mal, es kommen jetzt alle rein. Um und geh raus. Was? Die müssen arbeiten. Ah, Mocky ist jetzt da. Hi Mocky. Das Ding leuchtet. Wow. Dazu diese Schuhe. Was denn? Ich bin perfekt angezogen. Und mit Latschen. Und Wind der Cutter auch dabei. Was denn? Du willst überhaupt wenigstens weg am Start für euch? Eigentlich ist der linke, aber egal. Scheiße. Ne, Mann. Du musst links machen. Das sieht aus wie falsch. Du musst links machen. Jungs, kommt auf den Schlag hoch mit den Männern. Unser Trikot sind da drin. Muss ich noch filmen, oder? Wenn du da hinten durch die Tür gehst und dann rechts so eine dunkle. Nein, musst du nicht. Noch mehr Falschkeit ist angekommen. Medi probiert sich hier ein bisschen an einer Speed-Challenge. Hey Leute, was geht? Prons. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Feedback nach dem ersten Spiel. Wir haben 8-2 oder so verloren. Ich weiß nicht, was ich das zu sagen soll. Die Jungs waren so organisiert. Hilfe. Ich bin überfordert. Danny, cooles Tor. Medi mit einer Krawatte. Medi. Ernesto. Hast du Tor gemacht? Klar, 1. Ja, der ist Tor. Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt im Team, habe ich das Gefühl. Wir gehen als Verlierer auf dem Platz. Jungs, Spiel 2? Nein, aber wir spielen auch gegen Verlierer. Vielleicht haben wir eine Chance. Und die sind ein bisschen kaputt. Ja, ja. Das sind unsere Gegner. Ich habe gehört, du hast Angst vor deinen Schüssen. Mocki hat, glaube ich, gedacht, dass ich Manuel Neuer bin. Jo, nice Leute. 2. Spiel. 7-5 verloren. War eine knappe Kiste. Unsere Konter. Die Gegner haben immer gekontert. Ich habe, glaube ich, 4 Tore gemacht. Aber es reicht nicht. Und Latte. Latte, Latte, Latte. Oh, Stange. Stange. Medi, wie geht's hier? Sipi, wie geht's? Nein, nicht gut, Toni. Warum, warum? Weil es passiert, Mann? Ich muss auch nicht. Draußen gesessen, lecker. Erstens 10 Sekunden, Elfmeter. Ich gekast. Bis jetzt 2-0, bis jetzt 3-0. Hast du das voll gemacht? Ich habe gar kein voll gemacht. Ich war gerade in der Kommentatorenbox. Jetzt bin ich hier Führer. Ich wollte gerade einen Zwischenkorz machen. Warum? Digga, ich weiß nicht, was hier abgeht. Sie ist auch tot aus. Mir geht's super. Wie geht's hier? Super. Ja, ich bin auch die ganze Zeit durch. Ich bin hier gerade Rekordhalter. 124. Nein, er lügt. 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 Guckt euch mal meine Oberschenkel an. Ich weiß nicht, wo ich das herhole. Ohne Muskeln. Stark. Ladies, wie heißt es auf Instagram? Ich wissen die. Sydney Mawaka. Perfekt. Ja, geht, geht, geht. Hä? Warte mal. Hast du als Rabona den gehauen? Rabona über 100 geht. Rabona über 100 geht? Okay, warte. Fast, fast. Was? Ey, Sascha. Cool, dass du da bist, Mann. Nico. Alter. Sascha, geil. Let's speed auch mal 10-1 verloren. Hammer, was hast du dazu? Ey, guck mal, wie meine Glatze glänzt. Hammer, warte unbedingt unter. Ich seh einfach aus wie Dings. Perfekte grad. Ey, hallo. Hallo. Willst du auch mal ein bisschen mich zeigen? Wie siehst du aus? Ich seh aus wie der von American History. So, ich bin jetzt raus. Wie gesagt, 10-1 verloren. Warst du zu gut, 10-1? Habt ihr gerade 10-1 verloren? Das ist immer vorne ein bisschen rumgeknitelt. 3-4 von 3 gegen 0. Ey, auf jeden Fall ist Eli jetzt im Halbfinale. Gegen Mickys Team. Die Menschen sind, äh, die Männer sind unmenschlich schlecht. Ich schwöre. Ey, Moro ist im Finale. Mit Arm-Schnalle. Mit Arm-Schnalle. Apfel-Pola. Oh, da bin ich auch. Nee. So, der Mann wollte den Tisch-Tennis-Tool gegen mich. Kriegt er. Ich mach ihn jetzt nackig. So. Zwei Sätze. Feedback? Erste war knapp. Zweite. Weil ich den Schrank umlassen hab. Gehen wir nicht drüber. Don't contest me. Don't contest me. So, vielleicht jetzt das zweite Halbfinale. Richard, Maridon. Alle am Start. Steht grad 1-0 für Eli. Weiter geht's. Das ist so hitzig. Zeig! Zeig! Mohammed! Weiter! Ja! Mohammed! 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 Ja! 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 Leute, Halbfinale. Elfmeter schießen. Neunmeter schießen. Gewinner ist im Finale. Omed ist im Tunnel. Leute, ich geb Omed gleich einen Zettel hier. Mit Information. Omed. Omed. Zettel. Guck ihn da. Omed. Hey, was ist das? Omed. Der ist als du? Omed. 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 Der drückt den Foto. Omed, du hast ihn. Zudeck. Er hat meinen Zettel bekommen. Omed! 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 Was ist das? Omed! Omed! Er macht sich nicht rein. Omed! 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 Ich hab so ein Organ. Omed! Omed! Klurak muss reinmachen. Gutes Ding, Klurak! Macht ihn nervös! Warte, bitte Hater. Armin! Armin! Tor! 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 Armin! Armin, berühr die Latte, das macht ihn nervös. Ja, 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 das war's. Ja! Armin! Mit ihm, das ist der Bruder! Armin, Legende, was hat er gemacht? Erstmal macht er Tor. Erstmal macht er Tor. Wie cool war das gerade? Die Geller hat ja das Finale, Jungs. Ich hab mal alles ausgelaugt. Ich bin wirklich, ich bin so eine Launenbreze. Finale noch 0-0. Panne. Drübergeiten! Hä? Du hast Außenschuhe an! Das ist ein bisschen gut, ey. Ey, die Geller schwimmt ab. Gefährlich. Panne. Oh! 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 Glurak! Oh! Oh! Die Geller ist wieder auf dem Platz. Oh! Oh! Wunderschöööön! Oh mein, ich finde keinen Zettel. Links, links, rechts, links, immer. Ich hab was. Ah! Oh mein! Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Ja. Links, sagst du? Ja, links. Ja! Sie sind hier, Precht es hier! Wau! Wau! Das war ich! Ich war das! Ich! Ja! Wau! 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 BVB um 19. Glurak. Boah, Gutsdenkel. Oh Mann, das war ich wieder. Das war ich. Das war auch mit Legende, ich schwöre. Jetzt zippern, zippern. Jaaaah! 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 Das ist es! Metin, das ist sein Bruder! Mein Bruder! Das ist für uns. Das ist für uns. Das ist für uns. Das ist für uns. Danke. Ich hab ihm ein Zettel zugesteckt, Eli. Guck ihn dir an, guck ihn dir an, Eli. Da hab ich ihn noch vorgelegt. Jaaaah! Ich find das Knöchel ist verletzt. Guck mal. Der hat so hinten reingekommen. Wow. Das war's mit dem Eli Heller Cup Vlog. Lasst ein Like und ein Abo da. Und checkt die kompletten Highlights bei Eli auf dem Kanal ab. Kuss, geht raus. Jetzt mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß, muss ich raus. Ich bin ein Wingman. Check mit Kdm. Na aus und was willst du mich drehen? Mit dem Niggeln kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Wow, das war's. Yeah! Hey!